Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Genshin Impact Folge. Und wir wollen gleich direkt als erstes hier erstmal... Ne, warte mal, gleich als erstes das hier. Schließe eine Erkundung ab. Haben wir abgeschlossen, kriegen 5 Vogeleier dafür. Und dann gehen wir auch mal eben direkt dahin. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich freue mich sehr. So, zur Erkundung entsenden, das können wir ja jetzt abholen. Ist ja jetzt ein paar Tage wieder rum. Einmal dat, einmal dat. So, hier kriegen wir 4 bis 5. Hier kriegen wir den, 4 bis 5, 2 bis 3. Hier auch 2 bis 3. Wir können die auch direkt 20 Stunden lang wegschicken. Ich glaube, das ist sogar besser, wenn man... Und die direkt... Oh, hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hä? Ah doch, kann man doch. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, einmal hier. Die Dabaugtaschlucht. Da schicken wir Benedett hin. Benedett. Binett. Ben, Ben ist nett. Ben nett. Für 15 Stunden. Und dann holen wir uns hier... Warte mal, hier. 8 bis 12 Zuckerblumen und 8 bis 12... Können wir ihn nochmal schicken? Ne, ne? Puh. Äh, da schicken wir dann Xiangling hin. So, wir haben ja nur 2, deswegen ist das jetzt hier zu Ende. So, können wir hier noch irgendwas machen? Ablohnung. Tägliche Belohnungen. Warte mal, tschüss. Mit einem S. Tschüss mit einem S. Wir haben bestimmt heute schon wieder irgendwelche täglichen Dinger. Guck mal. Da noch unbekannt. Also da, da. Warum ist das noch unbekannt? Ach ja, wir sind ja jetzt erst Stufe 16 geworden. Stimmt ja. Ähm. Dann würde ich sagen... Machen wir folgendes. Entweder tun wir in dieser Folge das neue Gebiet aufdecken. Das Eisgebiet. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Oder machen hier im Mondstadt erstmal die ganzen Quests. Das war auch eine Möglichkeit. Da kommen wir ja im Moment gar nicht hin. Oder wir machen jetzt erstmal eben auf eine schnelle Zack, Zack diese Quest. Aber weißt du was? Komm, wir machen das mal eben. Wir machen mal eben ganz schnell die täglichen Quest. Dann haben wir das schon mal fertig. Fertig, Fertig. Bin ich denn jetzt auch richtig? Warte mal, am besten markiere ich das, oder? So, verfolgen. Habe ich jetzt verfolgt? Yes. Wenn wir natürlich unterwegs irgendwas finden, nehmen wir es natürlich mit. Deswegen immer schön die Augen aufhalten. Wie zum Beispiel die Bären hier. Gehe zu Ella Musk. Soll das eine Anspielung auf Ella Musk sein? Oh, hallo. Nimm das hier zum Warmwerden. Alter, dass ich dabei auch das halbe Leben verliere, ne? Weil ich mich da selber so abfackele, ey. Was ist mit denen los? Hallo? Okay, der hat gar keinen Bock. Warte, ich mache meinen Boom. Hm. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Warum? Hey, Ella Musk. Oh, noch so klein. Reisende, hier drüben. Jetzt scheuchte Hilo ja nicht auf. Warum läufst du auch immer direkt in ihre Lager? Ich weiß nicht. Egal, ich studiere Hilo hier schulisch. Schon seit langem und wollte gern ein richtig Sprechen hören. Anstatt nur Bücher darüber zu lesen. Jetzt bin ich endlich auf einen richtigen Hilo-Lager gestoßen. Diese Gelegenheit kann ich doch nicht einfach vorbeiziehen lassen. Also Reisende, würdest du mal einen Hilo-Lager suchen, der mit mir sprechen kann? Na klar, ich hole dir einen. Warte, du kannst nicht einfach so hineinstürmen. Wer hat dir das denn beigebracht? Gehen wir doch gemeinsam rüber, suchen uns einen Hilo-Lager und stellen uns freundlich vor. Das ist bestimmt der eine, der jetzt lebt noch, ne? Ja, dieser Hilo-Lager ist wach. Den nehmen wir, also schnell rüber. Aber seid vorsichtig, wir sollten die anderen Hilo-Lager nicht aufwecken. Wir wollen ja nicht, dass sie glauben, wir wollten sie angreifen. Aber dann würden sie bestimmt nicht mehr mit uns reden wollen. Ganz langsam. So, zufrieden? Sieh dir an, wie er sich bewegt. Er scheint richtig gut drauf zu sein. Dieser Kontakt war wirklich erfolgreich. Mein Hili-Chuli, ich werde immer besser. Und jetzt haben sie. Was meinst du? Mein Hili-Chuli ist doch ziemlich gut, oder? Die Kommunikation stimmt soweit. Jetzt brauchen wir nur noch Zeit, um uns wirklich gegenseitig zu verstehen. Das ist jedenfalls mein Traum. Ich will, dass wir eines Tages Freundinnen sein können. Ach, ich habe ja noch das hier. Denn nimm dieses Geschenk, das uns Hili-Chuli vorhin gegeben hat. Das Geschenk eines Hili-Chuls. Das hast du dir sicher nicht erwartet. Dann verabschiede ich mich jetzt. Ich muss meine Entdeckung alle aufschreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich will auch mit dir reden. Chaka-Baka-Baka-Maka-Ma. Fuck. Fuck. Und schwupp. Okay, dann nicht. So, das war Nummero One. Dann machen wir Nummero Two. Aber wo ist Nummero Four? Ah, da unten. Nummero Four. Okay, gehen wir da unten nochmal eben hin. Dailies Willkommen. Dailies Willkommen. Hopp. Hab den noch gekriegt. Warte mal, kurz aufwecken hier. Den kennen wir ja schon, die Daily. Alles Gute kommt von oben. Batsch. 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 Chang. Klatsch. Und Batsch. Und Plotsch. Ein richtiger Brutalo hier, dieser D-Log. Vier von acht. Komm her, du. Weg mit deiner Spielzeugwaffe. Oh, noch mehr. Ich zettere für Angst. Hier, spüre meine Angst. Spürst du sie? Wum. Klatsch. Und Batsch. Und Batsch. Er ist hier und abgeschossen. Warte, ich brenne. Ich muss mich mal eben nass machen. So. Das war das. Ab zur nächsten. Das haben wir da. Wir müssen noch den Aussichtspunkt in der Weingut Morgenröte. Müssen wir auch noch. Aufsuchen. Hey. Da haben wir zum A drücken. Nicht schnell genug reagiert. Warte mal. Da das ja ganz neu hier. in der Folge ist. Könnten wir eigentlich ja irgendwas essen. Zum Beispiel sowas hier. Ach, verringert die beim Gleiten und Rennen. Verbraucht Ausdauer. Davon haben wir ja auch echt viel, ne? Aber gleiten und Rennen. Aber gleiten und Rennen. Da wollen wir auch gleich mal hinfliegen, oder? Ich fress das jetzt schon mal. Weil es ist ja auch zum Rennen. Oh, Schweinchen. Boah. Beim Abhauen noch gestorben. Dieses Schwein hatte gar kein Glück. Habe ich das Gefühl. Hep. Hep. So, was haben wir hier? Ich komme. Wumms. 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 Klatsch. 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 Watsch. Aua. Von da hinten. Sau. Erstmal du. Ich komme. Bin da. Ha. Hast du mich getroffen, oder die Kiste? Ich komme. Bam. Auf den Kopf. Mission. Abgeschossen. So, eine nur noch. Dann haben wir das. So, da können wir eigentlich direkt hinrennen. Weiter. Können wir dabei noch das schöne Erz hier mitnehmen. Zack. Zack. Achso, der braucht ja ein paar Schläge mehr. Ist ja hartnäckiges. La, la, la. Vielleicht finden wir hier sogar noch was hier. Weil wir hier ja auch noch nicht alles zu 100% abgesucht haben. 100% sowieso nicht. Weiter hier. I coming. Hi. Boom. Wumms. Immer wieder geil. Was? Komm, löscht du ihn. Direkt weiter brennen. Ich muss mich gleich mal heilen. Sonst sterbt mein D-Lock. Schön auf den Arsch gespankt. Und der ist einfach so gestorben. Okay. Okay, was fordern wir denn? So was hier, ne? Boom. Erreicht. Ich weiß gar nicht. Sollen wir von jedem Gericht einfach mal immer ein Gericht übrig lassen? Oder? Ne, ne? Gerichte sind ja da, um gegessen zu werden, hab ich doch Gefühl. So, hier waren wir auch noch gar nicht, ne? Huh. Hier waren wir auch noch gar nicht, oder? Also da zumindest noch nicht. Das sagt mir gar nichts, diese drei Tore. Kugelrund und explosiv. Ja, explosiv ist auch das hier. Boom. I coming. Na, wie ist es so im Kopf? Strafstoß. Auf jeden Fall mal wieder ein paar Errungenschaften angesägt. Schnauze. Weil das ganze Lager brennt. Aber ich auch ordentlich. Ich auch ordentlich. Zang. Klansch. Batsch. Batsch. Weg mit den Kochtöpfen. Und da landet dann auch ein Schwein drin. Oh. So, das nimm mich alles mal mit. Wo bist du? Da. Boom. Boom. Guck mal, meine Ulti ist auch schon wieder fertig. Also direkt benutzen. Boom. Du tust mir echt leid. Dass ich dich so penetriere. So, was passiert, wenn ich jetzt hier durchgehe? Was ist das? Ach so, so ein Wolfshaken. Sonst hat er das Ding jetzt. Aber guck mal, hier. Ach, hier haben wir schon angezündet, kann das sein. Vielleicht haben wir hier doch schon. Was ist hier? Hallo. Ist hier jemand? Das sieht mir aus, wie so ein Bossareal. Hallo? Hallo? Will hier jemand Stress? Hm. Hier will keiner Stress. Keiner mag mich. Dass es da leuchtet. Hat das was bedeutet? Nee, ne? Nee. Stress. Haben Angst vor mir. Ha, ha, ha. Na gut. Wenn hier keiner Bock auf mich hat. Ah, da hinten fliegt mein Fall nur. Ah, was ist da oben denn? Ist da oben was? Oder da drinnen? Warte mal, da drinnen. Hier waren wir auch noch nicht drinnen. Nix. Enttäuschend. Enttäuschend. Was hast du? Ah ja. Na gut. Dann haben wir hier soweit erstmal nix. Wir könnten natürlich da rein, aber ich sehe da keinen Grund. Dann würde ich sagen, wir suchen mal eben. Stimmt, das könnten wir machen, oder? Mal eben den Aussichtspunkt von der Morgenröte suchen. Dann hätten wir das auch. Und dann fliegen wir doch einfach mal zu der Insel. Zu der Insel. Falls man noch weiß, welche ich meine. Man muss immer kurz anhalten damit, die Regeneration. Beim Laufen auch. Guck mal, da sind Wasserfälle. Ob man da rein kann? Guck mal, da sind wieder Zwillinge. Okay, wo haben wir denn die Morgenröte? Links von uns. Da hin. So, und da haben wir uns auch irgendwo so ein... Vielleicht... Beim Wasser. Könnten wir das zur Not von hier weitem sehen? Wir müssen nach so einem niedernen... Nach so einem niedernen Punkt Ausschau halten. Ne, hier ist nix, ne? Jetzt werden wir das ja schon von hier oben aus sehen. Ach, dieser blöde Aussichtspunkt, den ich unbedingt haben will, ne? Guck mal, so viele Dinger. Abgerollt. Gar kein Problem. Ach, guck mal, ne Kisse. Siehste, wir sind schon fast Level 17. Halleluja. Der Aussichtspunkt könnte natürlich auch hier sein. So, halt auf den Hauptweg, ne? Guck mal, was haben wir hier? Bist du etwas Verdächtiges? Wollen wir nicht. Hier ist ja der Teleporter-Punkt. Und... Hm. Hm, 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 hm. Oft sind die aber immer etwas versteckt. Frage ist jetzt, wo? Ich würde sagen, wo man am besten dazu überblicken kann, oder? Guck mal, hier ist zum Beispiel ein Baumweg. Das würde also nicht so viel Sinn machen, wenn das hier wäre. Hm, hm, hm. Ach so, Laternen sind das. Haltet die Ohren auf. Halt die Ohren. Da ist noch so ein... So eine Fee. Guck mal, der fliegt auch direkt weg. Obwohl ich den nicht mal ansatzweise irgendwie berührt hätte. Da ist noch eine Kiste. Ich finde alles. Nur diesen Aussichtspunkt. Wollen wir mal da oben? Hier wäre auch so ein perfekter Punkt. Auf so ein Haus. Warum nicht? Hm. Da unten sind Möhren. Möhren bedeutet meistens ja auch immer irgendwas. Guck mal, jetzt ist es Nacht. Jetzt könnte man... ...das sehr gut sehen. Ach, Rettiche sind da auch nicht bei. Und hier am Brunnen? Tomato. Hm. Wo ist dieser Aussichtspunkt? Aussichtspunkt, Aussichtspunkt, Aussichtspunkt. Wo mag er sein? Wo mag er sein? Wo mag er sein? Sein, 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 sein. Wo mag er sein? Hier ist schon der Geist gewesen. Ach man, der kann überall sein. Das ist so doof. Nach dem zu suchen. Aber hier fliegen echt viele Kristallkerne rum. Ich würde ja sagen, irgendwo, wo man... Da ist noch eine Kiste. Irgendwo, wo man halt... ...das Ganze im Überblick hat. Aber wir hatten ja bei der Dabauda... ...schlucht. Hatten wir das ja auch nicht unbedingt hochgelegen. Da war das ja auch einfach da. Habt dich. Hm. Das ist alles so doof. Hier ist noch ein Schmellerling. Ich geh mal von... Ich guck mal auf dem Haus. Ob man vom Haus was sieht, eventuell. Die Sache ist ja jetzt abends. Da liegen einfach so drei Äpfel rum. Okay. War da was? Ja. Sitzen wahrscheinlich. Da kommen wir gar nicht hoch. Äh, äh, äh. Wie kommen wir denn da hoch? Von hier? Hup. Hup. Na komm. Das gibt's doch gar nicht. Vor allem da fliegt noch so ein Kristallkern rum. Guck mal. Hui. Über die Lüfte. Di, di, di. Hm. Hier vielleicht. Erstmal hier rauf. Jawohl. Jawohl. So. Jetzt sind wir hier noch auf die... So, und jetzt gucken. Was haben wir da? Da haben wir irgendwo was. Ein Fernglas hätte ich gerne. Hm. Ich frage mich, ob man das von hier aus sieht. Muss ja eigentlich, oder? Ich meine, das sehen wir ja auch. Und so weit kann das dann auch nicht weg sein. Das muss ja hier irgendwo sein. Macht ja sonst keinen Sinn. Hm. Wo leuchtet das Lila? So. Lila, 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 Lila. Wo ist Lila? Ich würde ja sagen, zum Beispiel da oben irgendwo. Oh, komm mal da, die Insel. Ich will da hoch. Warte mal, wo ist die Insel überhaupt? Ich drehe mich mal zur Insel hin. Die Insel ist ungefähr von hier aus... Äh... Da. Irgendwo da, okay. Aber wie mich das gerade nervt, dass wir das nicht finden. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier direkt ist, oder... Weiter weg. Ich sehe hier zumindest nichts Aussichtspunktmäßiges. Ach, Manu. Hinterm Baum und so wäre ja auch Quatsch. Äh... Warte mal hier. Äh... Handbuch. Geografie. Weingut morgen, Leute. Ja. Das muss hier irgendwo sein. Zug. Mein kleiner Adler. Such. Ich suche diesen Punkt. Kannst du ihn bitte suchen? Was haben wir denn da überhaupt? Guck mal da. Das sieht aus wie so eine Statue, wo so ein Geist war. Also wo so ein Geist reingeflogen ist, oder nicht? Vielleicht ist das auch so ein Hinweis. Ich geh mal da hin. Was anderes bleibt mir ja jetzt gerade eh nicht übrig. Ich... Oh, 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 oh. Hey, oh, oh, oh. Oh, hi. Hab dich. Na, du hast mich nicht gekriegt. Heute mal kein Kusi. Renn weg. Hör weg. Hör weg. Hör. 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 Boah. Kann ich durchspringen. Okay, alles klar. So, was bist du? Ähm. Ähm. Eine Kiste gekriegt. Oh, nein. Da ist noch eine... Hier vielleicht? Das ist auf jeden Fall so ein Dings noch. Eine Truhe. Und ein Wasserfall vor allem. Oh. Dankeschön. So, in die Truhe... Äh, in die Truhe sag ich schon. In den Wasserfall kann ich doch rein, oder? Was ist das? Ach, ein Fisch. Mano, da geht's auch nicht rein. Aber ich geh mal den Wasserfall hoch. Mal gucken, was da ist. Uff. Okay, den Weg kann ich vergessen. Seh nix. Hey, nicht ertrinken. Vielleicht finden wir den Auswegspunkt vom Wasserfall aus. Wäre zumindest... Kann ich hier auch stehen? Hier. Hier müsste ich doch stehen können, oder? Ja. Hep. So, springen sollte ich vielleicht nicht, oder? Wir schillen da jetzt mal hoch. In der Zeit könnte man ja mal eben, wenn man will, ein Abo da lassen. Warum nicht, ne? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Der badet? Der ist nicht normal. Da wartet auch normalerweise keiner. Auf den Kopf. Weil dann kann er hier einfach so durchrennen. Gibt das einen Erfolg? Warum sind wir dann schon wieder halb tot eigentlich? Sag mal. Der hat nix besonderes gehabt. Der geht hier einfach baden, und dann sagt das Spiel, das ist gar kein Problem. Kann man hier rein? Nee, kann man nicht. Okay. So, gehen wir mal hier hoch. Das wird auf jeden Fall kalt hier. Guck mal, ich kann hier einfach hochrennen. Gar kein Problem. Ist das eine neue Blume? Eine Minze. Okay, hier ist auf jeden Fall jetzt kaltes Gebiet. Was ist das denn für ein Symbol? Da rechts. Ich wollte eigentlich den Auswegspunkt ansehen, aber ich bezweifle, dass wir den von hier... Da rennt jemand rum. Ach, hier rennt eine Menge rum. Tommy. Ach, was sollen diese Augen, wenn sie nicht sehen können? Oh, wenn ich nur diesen Auftrag nicht angenommen hätte. Warum geht's? Machst du dir Sorgen? Ich rede von einem Auftrag, den ich einige Zeit zuvor angenommen habe. Ich hielt es damals für einen zweitrangigen Auftrag und außerdem war der Auftraggeber sehr... ähm... Ich meine, eine Alchemistin, deren Arbeit ich schon seit längerer Zeit bewundere. Damals glaubte ich, dass wir vielleicht eine langfristige kooperative Beziehung aufbauen könnten, wenn ich den Auftrag zu Ende bringe. Aber als ich wieder zu Verstand kam, merkte ich, dass ich in Teufels Küche gelandet war. Ist der Auftrag so schwierig? Nun, ist er nicht. Ich muss nur ein paar alchemistische Reagenzen sammeln, aber... Ich wusste nicht, dass ich den Drachen... Drachengrad hoch muss. Aber bedenkt, wo mich der Auftrag hinführt, wäre dies sicherlich ein Auftrag für die Top-Abenteurer. Mit der Gildenbewertung für diesen Auftrag muss ich etwas... etwas nicht stimmen, aber ich bin auch schuld daran, dass ich nicht sorgfältig geprüft habe. Dann gib mir doch den Auftrag. Ah, viel Glück. So, dann aktiviere ich einfach mal hier den Teleporter-Punkt. Was ist da? Was ist denn hier? Da oben. Guck mal. Was ist das? Was bist du? Soll ich dich abschießen? Ja, schieß mich ab. Nein, schieß mich nicht ab. Doch, sagt Ember. Also nicht von unten vielleicht das Rote. Ist das vielleicht so eine Wärmequelle? Verdampfen. Weiß ich auch nicht. Hallo! Hallo! Oh, ein neues Monster. Aua! Ich mach den einfach mit. Platz. Gar kein Problem hier. Vor allem mit meiner Spezialfähigkeiten. Burn Attack Phoenix Klaue nenn ich sie einfach mal. Oh, der ist ein Glitz-Typ. Gar kein Problem. Oh, 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 oh. Gar kein Problem hier. Batsch, 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 batsch. Autsch. Der hat ein bisschen auf sich. Wir machen erstmal den hier platt. Der ist ein bisschen einfacher. Da, der erste ist weg. Jetzt nimm diese Phoenix-Attack. Schön von hinten. Oh ja, daneben. Aha, daneben. Was ein spannender Kampf hier. Funks. Der hat seine scheiß Schildrüstung da, oder was auch immer. Ah, ich glaub, wir müssen ihn überladen, ne? Ich überlade ihn. Kein Problem. Bum. Und jetzt nochmal Phoenix-Attack hinterher. Er ist down. Und warum krieg ich die Kiste nicht? Oh, du guckst nur zu, oder was? Die ganze Zeit. Der kann ja gar nichts. Und jetzt Final König. Oh ja, dicke Truhe. Permafrostbaum. Blutroter Archad. Einführung zum Spiel. Okay. Beim Erkonten des Drachengradgebiets wirst du manchmal eine bestimmte Art von kristallierender Substance finden, die man blutroten, die man blutroten Aschad nennt. Wenn man diesen blutroten Aschadter dem Permafrostbaum als Opfer darbringt, besteht die Chance, dass man dafür reich belohnt wird. Und davon haben wir jetzt einen gekriegt, oder was? Und da ist ja auch noch einer. Und da ist ja auch noch einer. Könnt man da also hier so hoch und dann da so hinfliegen, oder was? Oder wie kommen wir da am besten hin? Ah, ich brenne. Wollte nicht brennen. Ja, am besten von da aus da hinspringen, oder? Ach, da unten haben wir jetzt diese blaue Anzeige. Wenn die voll ist, glaube ich, verlieren wir Leben, ne? So. Dann könntest du hier ausruhen. Oder noch ein höherer. Ah, das muss reichen von hier, ne? Düdl-düb-düb-düb! Ja, reicht easy. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom dass ich dem Mondschatz so etwas sehen würde. Erzähl mir von diesem Berg. Oh, du interessierst dich für den Drachengrat, war es? Interessant. Du könntest einen gewissen Potenzial als Geograf haben. Ich bin aus Neugierig zum Gelernten geworden. Guck mal, da meine ich. Mich interessierte die Quelle des Quellwassers von Quellingen. Am Ende stellt sich diese Quelle als der schmelzende Schnee vom Drachengrat heraus. Um die Umwelt des Drachengrats eingehend zu studieren, habe ich einige Tränke gegen Kälte zubereitet. Aber ich hätte nie gedacht, dass die Kälte hier so extrem ist, dass die Tränke ihre Wirksamkeit verlieren. Sie nützen mir nichts, also denke ich, dass du sie mitnehmen solltest. Sie werden nicht ausreichen, um die Kälte hier auf den Drachengrat zu widerstehen. Aber sie könnten dir bei deinen zukünftigen Abenteuer hilfreich sein. Winterhärtetrank. Okay, was hast du? Wie geht es dir? Wenn du auf den Berg hinauf möchtest, sei bitte auf Hut. Was machst du hier? Danke für den Hinweis. Was weißt du über diese Bedingungen? Okay. Ich erhielt den Befehl, den stellvertretenden Großmeister hier Wache zu halten und alle Bürger zur warmen Nächte auf den Berg zu gehen. Vor kurzem musste ich eine dreiköpfige Familie, die einen Zeltausflug auf den Berg machen wollte und einige Kinder, die auf den Gipfel eine Schneeballschlag veranstalten wollten, aufhalten. Nun, ich kann Ihnen nicht verübeln, dass Sie nicht achtsamer sind. Mondstadt war in letzter Zeit ein wenig zufriedlich, bis zu dem Punkt, an dem sich keiner mehr vorstellen konnte, wie schrecklich die Bedingungen auf dem Drachengrat sind. Hier ist auch noch einer, ne? Kommen wir von hier... Ne, da. Da ist eine Fee. Mit der Fee kommen wir da rein. Gib mir die Fee. Da ist auch noch eine. So, und jetzt einfach... Zack! Oh, warte mal. Zack! Hä? Hä? Was ist mit der Fee, loh? Muss doch eigentlich so eine Windfee sein, oder nicht? Ist keine Windfee. Ist das eine Kälte? Warte mal. Vielleicht sind das Kältefeen? Das heißt, wir bräuchten hier rein theoretisch, dann... Äh, statt Lisa... Nehmen wir dann Kaya. Und dann nehmen wir Kaya. Dann nehmen wir nochmal so einen Typen hier. So einen Fee. Ja. Habt ihr euch. Können wir hier mit eigentlich... Mit ihm hier länger überleben? Oder ja auch nicht. Boom, boom. Kenntnisse über Erkundungen schon wieder. Das ist irgendein Eis. Oh, ich bin eingefroren. Batsch, batsch. Ich sagte Batsch, Batsch, Batsch. Ich mach den hier einfach. Ich mach den hier einfach. Fönix regelt. Oh, Fönix regelt. Wirklich. Batsch. Und jetzt nur noch auf die zwölf. So. Ach, der lebt auch noch. Blubber, blubber. Ich geb dir mal Blubber, blubber. Blubb nicht so viel. So, was ist mit dem hier? Guck mal, ich friere. Ich muss mich aufwärmen. Ding, ding. So, hier können wir uns aufwärmen. Und ich muss mal eben mich... Was ist das hier? Erhöht den Kyro WDS alle Truppen wieder. Okay. Erstmal was fressen die ab. Boom. Und dann hier noch mal so ein schönes Hähnchen. Hühnchen meine ich. So, mich mal eben aufwärmen. Okay, wir hatten ja da so ein Einführungsding, ne? Dieses besondere Eisbrocken mit einzigartigen Musterungen können nicht durch Pyro-Angriffe geschmolzen werden. Sondern nur durch einen Angriff unter Einfluss des Effekts von tiefrotem Quarz. Kannst du die geheimnisvolle Energie neutralisieren, die in dieser Art von festem Eis eingeschlossen ist. Quarz? Okay. Warte mal, da ist noch einer. Pop, 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 pop. So. Hm. Okay. Dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir an Quarz? Ist das da hinten Quarz? Warte mal. Was ist das? Bist du Quarz? Quarz? Quarz, 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 quarz. So, und du? So, jetzt habe ich Quarz, oder? Ja. So, jetzt haben wir das da aufgeschossen. Und was bringt uns das? Merkwürdigen Zahn. Das ist das Null. Das wäre Alice. So, da hätten wir dann auch wieder Quarz. Da hätten wir die, da hätten wir das. Okay, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich gehe hier ins Warme. Und dann... Oh, komm, ein Babyschwein. Ein Babyschwein. Ein Babyschwein. Ein Babyschwein. Ich habe dein Kind getötet. Hier soll auch da irgendwo was sein, ne? Kann man hier rein? Sieht mir nämlich aus wie eine Höhle. Genau. Genau. Richtig. Das sehe ich genauso. Oh, hier ist aber ein Mängelkristall. So. Das machen wir noch eben. Zack. Haben wir hier noch sonst irgendwas? Nee. Okay. So, die töten wir noch eben und dann... Ende im Gelände. Fertig. Wer hat da auf mich geschossen? Du? Oder warst du das? Oder doch eher du, hä? Wer auf mich schießt, bereut das. Was haben wir hier oben? Muss ja mal ein bisschen Übersicht erschaffen. Sind ja keine Kisten und nix. Traurig. Will der nein? Na gut. Wenn ihr denn sonst nix weiter isst. Wir wollten eigentlich so da insel rüberfliegen, ja? Naja. Sollte wohl dann nicht so sein. Jetzt willst du da insel rüberfliegen. Und hier müssen wir auch jetzt in der Dungeon sein, oder? Jetzt doch weiter oben. Warte mal, warte mal, warte mal. Komme ich hier einfach hoch? Ja, ne? Hep. 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 Wir sind zumindest genau hier wenigstens noch hin. Ab 22. Alles klar. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Aus der Rhein. Bis dann. Tüdelü. Ach, und nicht so vergessen, bitte. Ein Abo dalassen. Das wäre liebst aller Reiz. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tüdelü. Tschüss. Tüdelü.